Ich glaub, ich hab Gott gesehen. Wohin führt mein Weg? Bist du der Satan? Wenn er einfach mal lesen könnte, was Gott beschrieben hat, würde er die Lügen des Papstes erkennen können. Christus hat nie den Krieg gepredigt. Das Ziel der Kirche sollte es sein, das Gewissen der Gläubigen zu trösten und zu bestärken, den Glauben wachsen zu lassen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott möge mir helfen.